Geek Talk, der europäische Tech-Podcast. Einen wunderschönen guten Morgen und herzlich willkommen an diesem Dienstag, dem 11. Dezember 2018. Ihr hört die Geek Talk Daily 520 und ich habe heute die folgenden Themen mit dabei. Tesla, Lotus, DxOMark, Endgame, Fritz App Phone 4 und Chrome-Erweiterungen. Ich beginne gleich mit dem jungen Herrn Elon Musk, der ja wieder mal ein bisschen was rausgelassen hat. Zum einen ist man interessiert an den bald schliessenden General Motors Werken. Die haben ja angekündigt, einige Werke zu schliessen und somit auch Mitarbeiter zu entlassen. Und Elon Musk meint, dass es deutlich interessanter sei, ein bestehendes Werk zu nehmen und umzurüsten, als diese neu zu bauen. Was ja eigentlich logisch ist. Und ja, mal schauen, ob er das dann schlussendlich macht. Zum einen sagt er aber auch, oder zum anderen sagt er auch, dass es eigentlich einfach sei, an weiteres Geld zu kommen und somit schneller zu expansieren. Man das aber eigentlich nicht möchte. Man möchte nicht mit brachialer Kraft erfolgreich sein. Und er meint auch, falls jemand anderes kommt, irgendeinen anderen Anbieter, und eben ihnen quasi die Show stiehlt und es besser macht als sie, dann sei das nicht so schlimm. Zumindest vor allem nicht für die Welt, denn Elektromobilität sollte vorwärts kommen, wie er sagt. Auch gab es Neuigkeiten zum Thema eigenständiges Fahren. Da hat man aktuell grosse Fortschritte gemacht, was die Ampeln und Stoppschilder, Kreisverkehre etc. Entwicklung betrifft. Und Tesla arbeitet weiterhin darauf hinzu, dem Kunden mehr Freizeit zu verschaffen, indem man eben dann nicht mehr selber fahren muss und die Fahrzeit zur Arbeit, obwohl man auch immer hingeht, anders produktiv oder auch erholend nutzen kann. Vor circa einem Jahr haben wir schon mal darüber berichtet. IBM hat damals die Entwicklungsarbeit und die Supportarbeit und noch ein paar andere Geschichten rund um Lotus nach Indien exportiert, an die Firma HCL Technologies. Und da geht es jetzt einen Schritt weiter. Nämlich hat das amerikanische Unternehmen IBM Lotus und alles drumherum verkauft. Und zwar für einen doch schönen Batzengeld. 1,8 Milliarden Dollar sind da zusammengekommen. Alles Mögliche, was damit eben zu tun hat mit Lotus, das ganze Portfolio von Nodes, Domino und was es doch alles so gibt, geht über an die Inder. Und ja, jetzt mal schauen, was dann weiter passiert mit Nodes, genau, mit Lotus. Die DxOMark ist die Anlaufstelle, wenn es um Smartphone-Kameras-Bewertungen geht. Jedes neue Smartphone, das um den Markt kommt, bewirbt jeweils in seiner Keynote den Wert, der eben dabei rauskommt. Und so ist es auch wieder passiert mit dem iPhone XR, denn das hat eine Bescheinigung bekommen, dass es die beste Einzelkamera an einem Smartphone ist. Noch vor dem Pixel 2, was wie gesagt die Foto-Qualität anbelangt, wenn man die Video-Qualität anbelangt, ist das Pixel 2 weiter vorne. Im Totalen ist aber wie gesagt das iPhone XR das beste mit einer einzelnen Kamera. Weil bei Apple sehr viel Hardware und sehr viele Werte und sehr viele gute Werte anscheinend auch für eben in Anführungs-Schlusszeichen wenig Geld beim Kleinsten. Obwohl ja auch die grossen nicht schlecht abgeschnitten haben. Definitiv nicht. Wangers, schaut ihr das Ganze, habt ihr die ganzen Kinofilme verfolgt, Serien rundherum? Im aktuellen Film der Affinity War gab es ja einen Cliffhanger und der ist anscheinend ziemlich heftig oder heftig im Sinn von, die Leute, die den gesehen haben, möchten wissen, wie es weitergeht. Und jetzt gibt es den Trailer für den anschliessenden, das Endgame, Avengers Endgame. Und der ist riesig erfolgreich. Schon der von Infinity War hat damals einen Rekord geschlagen und hat innerhalb von den ersten 24 Stunden 230 Millionen Views zusammengebracht. An dritter Stelle liegt übrigens The Lion King. Und an erster Stelle jetzt eben neu das Endgame-Trailer. Denn der hat innerhalb von den ersten 24 Stunden 289 Millionen Abrufe bekommen. Habt ihr ihn schon gesehen? Seid ihr schon neugierig? Ich gehe nachher gleich mal anschauen. Ich wollte das zuerst die Daily in der Kiste haben und erst dann mich der Freizeit widmen. Gehen wir einen Schritt weiter in Richtung Berlin zu den lieben Leuten von AVM. Die haben die Fritz-App Phone 4.0 rausgeworfen. Die war jetzt doch nicht allzu lange in der Beta-Phase. Ich habe hier berichtet und auch im Blog, auf dem Pogipsi.ch-Blog, dass ich die App ausführlich getestet habe in der Beta-Phase. Und da kommt jetzt eine coole neue Funktion in der 4.0, nur für iOS wohlgemerkt, Call-Kit und Push-Kit-Integration. Was ist das Ganze? Ihr kennt es vielleicht, wenn ihr Skype oder Facebook Messenger-Calls und WhatsApp-Calls usw. nutzt. Die sind ja seit iOS 11 oder 12. Hat man da die Möglichkeit, es so einzubinden im Call-Kit, dass das Ganze, wenn ein Anruf über Skype reinkommt, es ausschaut, als käme ein normaler Anruf rein. Es steht einfach unten irgendwie, glaube ich, bei Skype oder sowas drin. Und das hat jetzt eben auch AVM umgesetzt. Wer da genaueres lesen möchte und warum ich das wirklich so cool finde, ein Beitrag auf dem Pogipsi.ch-Blog, ist natürlich in der daily.geektalk.ch zu der aktuellen Folge 520 verlinkt. Da habe ich noch ein bisschen mehr dazu geschrieben. Und zu guter Letzt gehen wir noch in Richtung Microsoft, in Richtung Edge, dem Browser. Da gab es in den letzten paar Tagen ganz, ganz viele Stimmungen, Meinungen und, ja, wie soll ich sagen, Neuigkeiten. Und das hat sich wieder überworfen ohne Ende. Ich habe das bewusst ein bisschen ausgelassen, weil vielfach ist man im Nachhinein dann wieder ein bisschen enttäuscht, wenn es dann trotzdem nicht so kommt. Und das könnte jetzt eben auch passieren. Kurz gesagt, Microsoft hat ja bekannt gegeben, dass der Edge-Browser nicht mehr unter dem eigenen Unterbau laufen wird, sondern in Zukunft mit dem Chromium-Unterbau, dem Open-Source-Lösung aus dem Hause Google. Und da gab es unter anderem im Reddit-Thread eine Diskussion, die dann eben auch die Quelle war für viele, 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 viele falschlautende News-Beiträge. Denn es ist nicht so, dass Microsoft gesagt hat, dass Chrome-Erweiterungen im Browser kommen wird. Man denke an, gewisse Dinge, die eben über Erweiterungen laufen, auch anzubieten. Das muss man natürlich anschauen und ähnlich wie Apple setzt da halt Microsoft auf die Sicherheit und Dinge, die nicht sicher sind, von denen lassen sie lieber die Finger. Und über Erweiterungen gibt es halt eben einige Möglichkeiten, wo sich Fehler einschleichen können und deshalb wird das aktuell intern noch geprüft. Also, wenn die dann trotzdem nicht kommen können und werden, seid nicht ganz so enttäuscht. Denn, anders als eben in vielen News-Berichten erwähnt, wurde das niemals versprochen von Microsoft. Ja, und das waren es, glaube ich, die Neuigkeiten, die ich für euch hatte. Genau, das nächste Tab ist ein Shop. Nee, äh, genau. Ich muss noch ein paar Gadgets kaufen. In diesem Sinne, erstmal ins Bett. Euch einen wunderschönen und erfolgreichen Tag. Startet gut in diesem Dienstag. Und ja, wer weiß, vielleicht hören wir uns morgen wieder. In diesem Sinne, euer Pogipsi, bis bald. Tschüss. Hört mehr Geek Talk.